Hallo zum neuen Video, beziehungsweise zu einem neuen Quick-Tip-Video. Ungefähr eine Stunde Autofahrt von Thessaloniki liegt Nausa, das ich euch auch schon etwas näher vorgestellt habe in einem anderen Video. Und etwas außerhalb von Nausa befindet sich der Park von Agios Nikolaus und der ist einer der wichtigsten Attraktionen von Nausa, aber nicht nur, sondern auch der ganzen Umgebung, fast schon in der Region. Deshalb stelle ich euch diesen Park auch heute vor. Egal ob man mit dem Campingwagen, Reisebus oder Auto anfährt, Parkmöglichkeiten gibt es reichlich und es ist genug Platz. Ein Naturparadies, das nicht nur einheimische Besucher anzieht. In diesem Park kann man sehr gut dem Rummel und die Hektik der Stadt und dem Alltag entfliehen. Er liegt in einem Gebiet, das berühmt ist in Griechenland durch seine dichte grüne Vegetation und Bewaldung, vor allem aber seine unendlichen Obstplantagen. Der Park ist ein perfekter Ort, um die Natur zu genießen. Hier kommen die Großen zur Ruhe und die Kleinen können sich in Ruhe austoben. Es gibt an jeder Ecke was Neues zu entdecken und auch zu erkunden. Der Park liegt am Berg Vermino, drei Kilometer von Nausa entfernt, und hat eine ungefähre Größe von 60 Hektar. Er ist durchzogen vom Fluss Arabica, der auch die Lebensader dieser ganzen Region ist. Es gibt dort jahrhundertealte Platanen, Eichen und Kastanien. Ein Platz, der in ganz Griechenland seinesgleichen sucht. Ein beeindruckender Park für jede Jahreszeit. Die ganze Parkanlage, wenn man sie so sieht, passt nicht in das übliche Bild, was man so hat und auch kennt aus Reiseprospekten über Griechenland. Es gibt zahlreiche kleine Brücken und Bäche zu entdecken und der See in der Mitte des Parks runden das Bild beinahe schon perfekt ab. Natürlich gibt es noch eine kleine Kapelle bzw. Kloster mit dem gleichnamigen Namen. Wir sind ja in Griechenland, wo das einfach dazu gehört. Das ganzjährige Grün, die angenehmen Temperaturen im Sommer und das ständige Wassergeräusch in Verbindung mit dem Vogelgezwitscher machen den Park zu einem kleinen Paradies auf Erden. Wer nicht unbedingt ein Fan ist für Picknick, für den gibt es natürlich auch zahlreiche Cafés und Tavernen im Park. Der Park wurde übrigens sogar mit dem ersten europaweiten Renovierungspreis ausgezeichnet. Eine wichtige Auszeichnung innerhalb der Institution der europäischen Stadt- und Regionalplanung. Also, ich bedanke mich wieder für das Dranbleiben. Abonniert diesen Kanal und lasst ein Like für das Video da. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf. Euer Costa. Macht's gut. Tschüss. Ich bin jetzt auf euch auf.